Verhöre eine IOW-Wache mit dieser neuen Fortnite Season 5 Wochen 9 Aufgabe, helfe ich dir in diesem Video und auch den anderen Aufgaben, die danach kommen, finde einen versteckten Bunker, finde die Blackbox des abgestürzten Flugzeugs und das sind die drei Aufgaben, die wir machen müssen, Leute, wir gehen dazu am besten zur Panko-Umfestung, IOW-Wachen gibt es überall auf der Karte, zum Beispiel dort bei der Panko-Umfestung, bei dem Haus, bei Slurpy, bei Misty Mendoz, bei Camp Cod, bei, ja, wo haben wir denn noch so eine Leute, wir haben hier beim See welche, Steamy Stacks haben wir auch noch welche, und die kommen nicht immer, da aus den Löchern raus, wo sie drin sind, man kann ja auch direkt rüberfliegen und gucken, die kommen ja direkt raus, seht ihr, da kommt gleich der Panko-Umfestung, man hört doch diesen Sound, ich würde euch empfehlen, geht zur Panko-Umfestung und loot jetzt erstmal ein bisschen und es ist nämlich ganz wichtig, die machen relativ viel Damage und ihr solltet Materialien haben, um euch zu schützen, seht zu, dass ihr anständigen Loot habt und dann könnt ihr die Aufgabe easy machen, es ist ein Vorteil, wenn man die lila Bällchen hat, diese Impulsgranaten, dann kann man die nicht einfach wegstoßen, ja, perfekt, dann kann ich euch das hier vielleicht richtig gut zeigen, haben wir Glück gehabt, dass das hier gerade so schön funktioniert, seht auch zu, dass ihr genug Munition habt, die können einiges aushalten und könnt ihr natürlich auch wegsnipen, wenn ihr wollt, blue light wäre auch nicht schlecht, wenn ihr ein bisschen Heilung habt, ich loot hier ganz kurz und dann, ja, come on, blue light ist auch da, sehr schön und dann gehen wir dann gleich da drüben hin, wo die roten Punkte sind und machen die Aufgabe, könnt ihr euch auch Sixpacks, wenn ihr die findet und seht auch zu, dass ihr genug Materialien habt, Schrott sind, wäre natürlich auch praktisch, das ist sehr schön, so muss das sein, das ist das Streamer-Lack und dann gehen wir da rüber zu den roten Punkten, ja, das seht ihr, ihr habt die roten Punkte auf der Karte nicht, ihr seht einfach nur die O-Wachen, dann rumlaufen, wenn sie nicht da sind, könnt ihr zu anderen Locations gehen, geht einfach da drüben hin zu der Villa, nehmt euch ein Autofahrt rüber oder geht zum Beispiel in das Roti Towers, dann habt ihr noch ein paar weitere Möglichkeiten, um das zu machen, farmt, wie gesagt, Materialien, das ist ganz wichtig, dass ihr euch einbauen könnt, die geben halt richtig damage, die Jungs und der Trick ist eben, ihr müsst die zum Boden legen und dann könnt ihr die Benutzentaste drücken und die Jungs und Mädels verhören, ne, also was ich jetzt mache, ich gehe jetzt hier rüber, schieße den runter, hat sich geklappt, shit, so, jetzt ist der weg, den gebe ich auf die Nase, oh, der ist down, der war doch schnell down, so, okay, und wenn die jetzt am Boden liegen, kann man sie aufheben und verhören, das ist genug, und den schießen wir jetzt nochmal weg, tschüss, Digga, so, und dann könnt ihr hier ganz easy die Leute verhören, ne, und so einfach geht das Ganze, ne, und könnt ihr die Aufgabe abschließen, ne, ich habe jetzt Glück gehabt mit der Granate, muss man ein bisschen suchen, kriegt man aber irgendwann, ne, und dann kommt der Typ dann auch und man kann in der Zeit seine Kumpels verhören, wenn ihr das Ganze da macht, wo ich gerade gelandet bin, könnt ihr die mit ein bisschen Glück, fallen die runter, den Berg, den Hang und dann geht das auch super easy und dann machen wir gleich die nächste Aufgabe, so, Leute, die nächste Aufgabe ist, findet den versteckten Bunker, es gibt drei verschiedene versteckte Bunker in Fortnite, ich zeige euch jetzt erstmal nur einen, der reicht ja für die Aufgabe, geht in die Bunkenkeile, landet da, wir müssen nur einen Bunker besuchen, wenn ihr noch die anderen Bunker brauchen solltet, es gibt einen hier hinten bei The Grotto und einen hier beim Strand, ja, bei Holy Hedges, und, ähm, könnt ihr mal suchen, wenn ihr Lust habt, und ansonsten geht einfach hierher, das ist die einfachste Variante, ne, geht dann einfach hier durch, baut euch durch, das ist hier, wie gesagt, auch zu dieser kleinen Insel in der Hütte und dann seid ihr beim Bunker, habt ihn gefunden und die Aufgabe ist abgeschlossen und wir machen die nächste Aufgabe, findet die Blackbox des abgestürzten Flugzeugs, Leute, ist dann die nächste Aufgabe, die Blackbox ist da drüben auf der Insel beim Flugzeugwrack, ja, ich habe das Video vorab aufgenommen, zeige euch erstmal die Location, dann zeige ich euch auch nochmal die Blackbox, die Blackbox ist einfach so ein kleiner Kassettenrekorder, müssen wir einfach einsammeln, und, äh, das sind die drei Aufgaben, die wir diese Woche machen müssen, zum Leveln, zum schneller XP-Farm in Fortnite, und, äh, ja, wie gesagt, da fliegen wir jetzt hin, Blackbox ist, wie gesagt, beim Flugzeug, würde mich sehr freuen, über den Daumen hoch, kostet das Abo, macht die Glocke an, tragt noch QR-Code oder TV ein, und, wenn ihr eine Verlosung teilnehmen wollt, schreibt was passendes zum Video, welche Aufgabe war die schwerste, welche war am leichtesten, welchen Skin hättest du gerne, und deinen Epic Games-Namen und du nimmst deiner Verlosung teil. So, Leute, wir landen jetzt hier beim Flugzeug, ne, wie gesagt, das ist jetzt hier diese Insel, ja, bei Coral Castle, da einfach landen, hier ist der Recorder, und, Leute, und jetzt seht ihr auch das Flugzeugparag, da unten, wie gesagt, ist der Recorder, da einfach hingehen, einsammeln, und die Aufgabe ist abgeschlossen, benutzt die Benutzentaste, einfach rangehen und die Benutzentaste drücken, eventuell reicht es auch einfach, dahin zu laufen, daneben zu stehen, müsst ihr mal ausprobieren, ich habe das Video vorher abgenommen, aufgenommen, bevor die Aufgabe im Spiel war, und, ja, dann sind wir mit den Aufgaben fertig. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, denk dran, Arme und Glocke da lassen, Daumen hoch, trag hier der CodeWooderTV ein und nimm deine Verlosung teil, indem ihr einen Kommentar schreibt, mit was passend zu dem Video und deinem Epic Games-Namen. Danke. 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 Danke.